Hi, ich bin's wieder, Lars von All About Samsung und heute gibt's ein allererstes Unboxing des brandneuen Samsung Galaxy S9 und Samsung Galaxy S9 Plus. Vor nicht ganz zwei Stunden hat Samsung die beiden neuen Flaggschiffe für 2018 hier in Barcelona vorgestellt. Ich hab sie jetzt schon hier so, wie sie dann auch im Handel landen werden. Und deswegen würde ich sagen, ich packe sie jetzt aus, guck, welches Zubehör im Lieferumfang enthalten ist und natürlich starten wir die Dinger auch mal und gucken uns ein erstes Setup an. Los geht's! Also Folie ist runter, jetzt erstmal ein Blick auf die Verpackung. Auf der Front steht oben links Samsung Galaxy S9 und S9 Plus und das Logo in so einem blauen Metallic Look. Ihr seht das, wenn ich's kippe, das war's. Eine Sache steht auch noch drauf, nämlich unten links stehen 64 GB, also die Speichergröße. In Deutschland wird es zwei Speichergrößen geben, einmal 64 GB und aktuell exklusiv im Samsung Online Store 256 GB. Beide sind natürlich auch erweiterbar via MicroSD-Karte. Wenn wir das Gerät hier erstmal drehen, dann sehen wir auf der jeweils linken Seite der Verpackung auch hier die Farben unten, nämlich Midnight Black und Lilac Purple. Es gibt in Deutschland drei Farben, nämlich Midnight Black, Lilac Purple und eine dritte Farbe, nämlich Coral Blue. Es gibt leider nicht die graue Version, die gibt's zum Beispiel in den USA hier leider nicht. Ansonsten gibt's auf der rechten Seite nicht zu sehen. Oben drauf steht noch European SIM Card Only. Es hat also wieder diesen Regional Lock. Man muss es einmal für fünf Minuten in einem europäischen Netz nutzen. Danach kann man es weltweit nutzen. Es ist also nicht wirklich tragisch. Interessant wird's natürlich auf der Rückseite der Verpackung. Denn hier sind die ganzen Spezifikationen. Beim Galaxy S9 steht da einmal 5,8 Zoll Full Rectangle und beim Galaxy S9 Plus 6,2 Zoll Full Rectangle. Darunter stehen dann einmal 6,1 und einmal 5,6 Zoll. Das leitet sich daher ab, dass die Kanten des Displays abgerundet sind und dadurch natürlich auch die Diagonale eine andere sind. Wären die Kanten wirklich eckig, dann hätte man die jeweils größere Displaydiagonale. Beide Displays haben Quad HD+, das sind S-AMOLED Displays. Und im Ergebnis auf dem Specsheet hat sich da seit dem Galaxy S8 nichts getan. Wir haben ein Super Speed Dual Pixel 12 Megapixel OIS-F1.5-F2.4. Kamera, Modul an Bord. Ja. Und beim S9 Plus steht dann nochmal 12 Megapixel OIS-F2.4 hinten dran. Warum? Naja, man hat einmal die Hauptkamera. Die hat jetzt eben diese Super Speed Dual Pixel. Das heißt, Dual Pixel, wie man es kannte. Super Speed heißt, die hat einen Speicher eingebaut in den Sensor selber für zum Beispiel ganz, ganz langsame Slow Motion Aufnahmen. Aber beim S9 Plus gibt es noch eine zweite Kamera zusammen. Die hat dann eine doppelte Brennweite. Das ist also wieder ein optischer Zoom mehr oder weniger, wie man es vom Galaxy Note 8 kennt. Darunter steht dann auch die Super Slow Mo. Die ist eben möglich wegen diesem eingebauten Speicher im Sensor. Dann 8 Megapixel Frontkamera mit Autofokus. Das kennen wir auch schon vom Galaxy S8. Darunter stehen dann die Stereo Speakers. Die sind neu. Tuned by AKG. Okay, das hat Samsung ja übernommen, haben wir übernommen, also damit auch AKG übernommen und deswegen schreibt man jetzt AKG überall drauf. Sind aber jetzt Stereo Lautsprecher, gab es so vorher bei Samsung nicht. Finde ich gut, dass die endlich dabei sind. IP68, also es ist wieder Wasser und Staub, resistent bis zu einem gewissen Grad. Ein Iris-Scanner ist mit an Bord. 64 GB Speicher und, ein Unterschied, 4 GB RAM beim S9 und 6 GB Arbeitsspeicher beim Galaxy S9 Plus. Außerdem können die kabellos geladen werden. Davon braucht man aber ein Charging Pad, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Und Earphones, also Kopfhörer, tuned by AKG. Das war eigentlich alles, was man über die Verpackung sagen kann. Jetzt würde ich sagen, packen wir die Dinge auch mal aus. Also jetzt endlich zum Unboxing. Erstmal nehmt ihr oben noch so eine Lasche raus und da ist der Karton mit den ganzen Bedienungsanleitungen und Garantieinformationen drin. Die kann man entweder so öffnen oder hinten drauf aufklappen. Das würde ich auch empfehlen, weil einmal ist hier natürlich Quickstart-Greise und der ganze Papierkram drin, den am Ende eh keiner liest. Aber, wenn man nämlich dann hinguckt, sieht man hier noch so ein kleines metallisches Ding. Und das ist nichts anderes als das Tool, mit dem ihr den SIM-Karten-Einschub des S9 oder S9 Plus öffnen könnt. Also hier habt ihr dieses kleine Tool. Das legen wir jetzt mal zur Seite. Dann kommt das Samsung Galaxy S9 aus der Verpackung. Das haben wir also hier. Gucken wir uns gleich noch was genauer an natürlich. Aber erstmal noch zum Rest der Verpackung. Da hat man dann einmal einen kleinen OTG-Connector drin. Das heißt hier USB Type-C, auf der anderen Seite USB Typ A. Man kann damit also USB-Kabel anschließen. Theoretisch könnte man eine Maus an das Smartphone anschließen oder eine Festplatte oder, oder, oder. Oder auch ein anderes Smartphone über das USB-Kabel natürlich. Und dann könnte man darüber zum Beispiel die Daten auf das Galaxy S9 ziehen. Außerdem haben wir einen Adapter auf USB Typ C von Micro-USB. Das heißt, wenn ihr irgendwie altes Zubehör oder so habt, was noch ein Micro-USB nutzt, könnt ihr das natürlich weiter am Galaxy S9 nutzen. Zum Beispiel Ladekabel oder so. Wobei ich würde das mitgelieferte Ladekabel nehmen. Da hat man nämlich einmal diesen Ladeadapter, auch in einem schicken Schwarz. Adaptive Fast Charging. Wenn man umdreht, sieht man auch die Ladespannung. Da steht nämlich einmal 9 Volt und 1,67 Ampere oder 5 Volt und 2 Ampere. Ist also eigentlich Quick Charge 2 mit 9 Volt und 1,67 Ampere. Kann man das Ganze also schnell laden. Und wenn man das hier öffnet, sieht man auch mit welchem Kabel. Da hat man nämlich hier ein USB Type-C Kabel. Matt, schick, schön lang, also nicht zu kurz. Ich finde das bei USB-Kabeln immer nervig, wenn die zu kurz sind. Außerdem dann einmal Ersatz-Gumminöppel für die mitgelieferten AKG-Kopfhörer. Die sind hier, das sind die gleichen wie beim Galaxy S8 und ich persönlich mochte die Qualität beim Galaxy S8. Ich hatte aber auch häufiger in den Kommentaren, dass Leute sie nicht mochten. Ich finde die schick und ich mochte auch die Tonqualität, aber es ist natürlich auch immer so eine Geschmackssache. Ich finde, sie sind halt hochwertig verarbeitet mit dem ummantelten Kabel. Das ist also für den Moment der Lieferumfang des Samsung Galaxy S9. So, die Geräte sind raus aus der Verpackung. Ich habe aber jetzt erstmal das ganze Gedöns wieder weggetan. Es geht jetzt erstmal ums Gerät und die gucken wir uns natürlich auch an. Hier habe ich einmal das S9 Plus und hier das Galaxy S9. Und ihr seht, auf beiden Geräten ist vorne drauf eine Folie, damit ihr das Display irgendwie nicht versehentlich oder so verkratzt. Es wäre mir nämlich gerade schon passiert, hier auf der Metallunterlage. Also das S9 Plus lege ich jetzt erstmal weg und wir ziehen erstmal die Folie ab vom S9. Ich liebe diesen Moment. Und auch von der Rückseite, auch da ist eine Folie drauf. Und natürlich der Sticker für die E-Mail. Diesen Sticker kann man auch abmachen, würde ich auch auf jeden Fall. Das sieht nämlich ziemlich blöde aus. So, und jetzt haben wir hier das Samsung Galaxy S9. Den gleichen Vorgang machen wir natürlich auch beim Samsung Galaxy S9 Plus. Also auch da einmal Folie auf der Front abziehen und einmal die Folie auf der Rückseite abziehen. Und hier seht ihr auch schon die neue Farbe, Lilac Purple. Es ist stark abhängig davon, welches Licht auf das Gerät fällt, welche Farbe man da am Ende sieht. Und hier ist es jetzt gerade so sehr blassviolett oder lila oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Jetzt schauen wir uns die Geräte mal an. Auf der Front sitzt das Galaxy S9, also das kleinere Gerät, auf ein 5,8 Zoll großes AMOLED-Display. Steht ja auch auf der Verpackung. Und ansonsten sieht man da tatsächlich nicht viel. In der schwarzen Version sieht man vor allen Dingen auch nur den Rahmen so ganz leicht. Es sieht einfach wie aus einem Guss aus. Gefällt mir persönlich gut. Und das S9 Plus hier habe ich in der Lilac Purple-Version. Es hat auf der Front ein 6,2 Zoll großes Display. Und man sieht, der Rahmen ist halt auch in so einem leichten Purple oder Silber gehalten. Und das kann man tatsächlich von der Front leicht sehen. Ich finde die schwarze Version von vorne definitiv schicker. Wenn man die Geräte jetzt dreht, dann sieht man, dass Samsung hier etwas geändert hat. Denn im Vergleich zum S8 oder Note 8 ist der Rahmen jetzt nicht mehr hochglanzpoliert, sondern hier tatsächlich leicht mattiert. Hier habe ich auch noch irgendeine Schutzfolie drauf auf dem S9. Die muss ich auch noch abfriemeln auf dem S9 Plus. Auf dem S9 ist bei mir keine Schutzfolie. Also da muss ich nicht mehr um mich rumpiddeln. Und auf der Rückseite seht ihr schon, klar, Fingerabdrücke. Ich bin auch den ganzen Tag schon unterwegs. Das geht dann ziemlich zügig. Und hier sieht man auch gewölbtes Glas. Also man hat gewölbtes Glas auf der Front und gewölbtes Glas auf der Rückseite, wie schon beim Galaxy S8. Hier gibt es aber jetzt ein paar Designänderungen. Die habe ich ja im ersten Hands-On-Video schon angesprochen. Deswegen jetzt nur kurz. Was man hier sieht ist, dass Samsung einen Unterschied zwischen dem S9 Plus und dem S9 macht. Nämlich beim S9 Plus eine Dual-Kamera nutzt, während man beim S9 nur eine normale Kamera hat. Die ist aber bei beiden Geräten extrem stark. Sie hat nämlich 12 Megapixel, eine extrem schnellen Super-Slow-Motion-Aufnahme und man hat eine variable Offenblende. Das ist neu bei einem Smartphone. Finde ich ein interessantes Feature. Muss ich mir aber auch im Alltag noch angucken. Und für mich die wichtigste Änderung tatsächlich, Samsung hat den Fingerabdrucksensor nach unten gelegt. Der war vorher auf der rechten Seite neben der Kamera beim S8 und S8 Plus. Fand ich da echt nicht benutzbar. Jetzt ist es unter die Kamera gezogen worden. Deutlich benutzbarer. Auch relativ gut zu erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Kamera toucht, ist, finde ich nicht so hoch. Ich hätte allerdings anstelle von Samsung LED und so weiter auch nochmal zwischen Kamera und Fingerabdrucksensor gelegt. Dann wäre die Gefahr nochmal geringer. Aber das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Eine Sache gibt es auch noch, die ich interessant finde. Auf der Unterseite sieht man nämlich den Lautsprecher. Und der sieht jetzt etwas anders aus. Der ist nämlich jetzt aus einem Stück gemacht. Also nur noch ein großes Loch. Also es sieht ganz schick aus. Aber es ist nicht der einzige Lautsprecher. Also wir haben hier den 3,5 mm Klinkanschluss. Hier den Type-C-Anschluss. Hier ein kleines Mikrofon. Und hier den Lautsprecher. Aber das ist nicht der einzige Lautsprecher. Sondern Samsung nutzt jetzt auch den Lautsprecher auf der Front als Lautsprecher für wirklich Tonwiedergabe. Und so hat man hier einen Dolby Stereo Sound. Und das ist wirklich hörbar. Das ist ein wirklich guter Sound. Jetzt noch das erste Setup. Ich zeige es euch mal am Galaxy S9. Einmal den Power-Button lange drücken. Und irgendwann taucht dann Samsung Galaxy S9 Secured by Knox. Also Samsungs Sicherheitslösung auf dem Boot-Screen auf. Danach kommt noch mal ein Samsung-Logo. Und das dauert. Obwohl man richtig mächtige Hardware-Clider haben hat. Nämlich den neuen Exynos 9810. Das ist ein Octa-Core SOC mit einem extrem starken Quad-Core mit 2,7 GHz Taktung. Und man hat beim Galaxy S9 4 GB Arbeitsspeicher dazu. Das ist halt wirklich nur beim allerersten Start so, dass der Startvorgang so lange dauert. Danach kommt einmal Hallo. Und dann landet man auf dem Startbildschirm. Und das erinnert mich so sehr an das iPhone eigentlich, wie das funktioniert. Naja, hier kann man jetzt die Sprache auswählen. Und ich muss das jetzt ein bisschen dunkler stellen, weil das Display am Anfang so hell ist einfach. Die Sprache lassen wir auf Deutsch. Gehen jetzt weiter. Das Wi-Fi überspringe ich natürlich. Und danach müsste ich jetzt in RGB zustimmen. Man kann das nicht einfach mal auf alle klicken. Man muss aber nicht alle anwählen. Man kann auch nur die beiden obere nehmen. Das reicht. Diagnosedaten zum Beispiel braucht man nicht. Danach muss man einen Namen eingeben. Das überspringen wir jetzt auch einmal. Danach kann ich auswählen, was ich nutzen möchte. Und hier gibt es eine neue Funktion, wenn ich den intelligenten Scan einrichten. Das ist die Kombination aus Iris-Scan und Gesichtserkennung. Die beiden Optionen, die darunter sind, kombiniert in einer Funktion überspringe ich jetzt aber auch mal. Das kann man sich dann bei unserem ausführlichen Test ganz in Ruhe angucken. Danach sind die Google-Dienste, was man da genau haben möchte, würde ich tatsächlich euch mal empfehlen, reinzugucken. Das ist gar nicht so, ohne was man da manchmal tatsächlich akzeptiert. Danach kann ich mich mit meinem Samsung-Account anmelden. Für die Wiese-Dienste brauche ich das auch. Überspringen wir jetzt aber auch mal. Und danach kann ich Daten wiederherstellen. Wenn ich möchte, kann ich dann eben mit diesem OTG-Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist, die von meinem alten Gerät auch darüber ziehen. Ich kann das Samsung-Cloud machen. Ich kann aber sogar mit Samsung-Switch per Wi-Fi das Ganze inzwischen machen. Naja, will ich jetzt aber nicht, sondern ich richte es als neues Gerät ein. Und dann gibt es einige nützliche Funktionen, die man oben über das Menü, wenn ich jetzt gleich durch bin, erreichen kann. Wie zum Beispiel die Akkulaufzeit verlängern und so Sachen. Oder schützen sie ihre Daten oder sonst was. Naja, ich beende das Ganze jetzt mal und danach habe ich alles erledigt. Yay! Das war so der erste Boot des Samsung Galaxy S9. Jetzt bin ich auf dem Homescreen. Ihr seht, das funktioniert wie gehabt. Aber geht sehr schnell, sehr flüssig. Nach links kommt Bixby. Das habe ich jetzt natürlich alles nicht eingerichtet. Ich habe auch noch kein Wetter hier eingerichtet oder sonst irgendwas. Das überspringe ich jetzt alles mal, sondern gehe noch einmal in die Einstellungen, ganz runter Telefoninfo. Und da sieht man bei der Softwareinformation, dass ausgeliefert wird mit Android 8.0.0. Das ist nicht die allerneueste Iteration von Android, leider. Aber trotzdem eine relativ neue. Und Samsung Experience Version 9.0. Aber die Samsung Experience Version hat einen netten neuen Trick, wenn man ihn denn möchte. So kennt ihr das ja bei dem Homescreen. Wenn ich den drehe, wird der nicht automatisch mitgedreht. Aber mit der Experience 9.0 kann man das ermöglichen, wenn man in die Einstellungen geht. Da noch unter Anzeige, da dann unter den Startbildschirm und da nur Hochformatmodus deaktivieren. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf den Homescreen, kann ich das Ganze tatsächlich auch drehen. Ob man das möchte, ist dann was anderes. Das ist Geschmackssache. So viel aber erstmal für die erste Einrichtung. Das war ein erstes Unboxing des S9 und S9+. Ich muss sagen, ich finde die Geräte spannend. Sie zeigen mal auch, wie stark eigentlich das Galaxy S8 schon war. Man hat halt so ein paar Fehler des S8 relativ gut behoben. Und jetzt ein Gerät, was ich sagen würde, keine große Schwäche mehr hat. Ich mag nur den Bixby-Button, nicht wirklich. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, habt ihr damit in die Kommentare. Wir werden also noch einige Videos des Galaxy S9 oder des S9 Plus liefern. Also auch Vergleiche oder sonst irgendwas, wenn ihr da Wünsche habt, habt ihr damit in die Kommentare. Ansonsten, Abo schadet sicherlich auch nicht. Ich bin der Lars von Oliver Samsung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.